Jo, es geht ab, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4, wir müssen den zweiten Teil aus Australien hier noch zur Hände fahren heute. Na gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, weil das hier nicht einfach den Kollegen noch kriegen, wenn wir das eventuell bei uns entscheiden können. In rechts, 4, rechts, 3, dicht steigen, in links, 2 lang, mach auf. In Umdekehr, rechts, 80, rechts halten, überfugung, 80. Achtung, links, 2, 60 durchsänken. Links halten, überfugung, rechts, 6, link steigen. Aber wir sind vorne. Müsst ihr euch vorne sein jetzt wieder? Ja, der Rodefall liegt vorne. Der Rodefall sind wir. Ich habe mit dem Auto so ein bisschen noch mal die Schwierigkeiten. So, wir werden mal kurz gucken. So, ich gucke mal an. Hier kann man mich auch hören. So, ich gucke mal an. Danke schön für irgendwer nicht zu Arsch, ey. Ja, das war's. Da bin ich schön auf der, äh, ich bleibe immer abgehoben und nicht in den Zaun geflogen. Das war's auf jeden Fall. Das Ding ist verkackt. Jetzt müssen wir tatsächlich den Spanien retten. Die Karre ist auf jeden Fall nicht meins. Jetzt wird nämlich schwer, wenn wir nochmal da noch, dass die vier Sekunden haben, nämlich sind ja noch mega Zeit verloren. Und wir wissen jetzt gar nicht, woher der Rodefall ist. 17,2 Sekunden. Also müssen wir es tatsächlich mit 17 Sekunden Vorsprung schaffen. Das schaffen wir überhaupt nicht mehr. Das ist schon, das war's. Das ist schon, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. schon im ziel dass das thema ist gegessen das den könig gewinnen ich erinnere mich gerade so ein bisschen das hat sich sehr gut aus sechs sekunden haben noch gewonnen 11 sekunden rückstand platz 2 diesen unnötigen abflug da war aber wirklich unkonzentriert ja gut wir haben sind immer noch vorne das ist das wichtigste am ende sind wir dem event doch erster so das ist erstmal das wichtigste muss weil wir fangen jetzt mit 4,48 km machen wir weiter letztlich dauert das jetzt einen kleinen moment so geht los aber keine sauren dinge müsste es doch irgendwie rocken die beulen und schrammen haben offenbar keine auswirkung auf die mechanik das ist nur das wichtigste wir sind noch nicht durch hier bevor ich die karine parken kann immer wieder genau das ist es kommt im heck und wir landen in der mauer nämlich weil sie im der saun links schneiden 80 durch senke links 3 überpumpen senke kunde durch tor links 5 senke links 3 lang mach zu überpumpen rechts 3 lang mach auf überpumpen rechts 3 lang mach auf überpumpen senke rechts 5 links 5 links 5 in rechts 4 in links 3 überpumpen links schneiden in rechts 5 durch torsien drücke ich mich jetzt gerade noch ein bisschen durch torsien rechts 5 80 durch senke links 2 links 2 überpumpen rechts 4 durch torsien rechts 3 überpumpen 80 durch senke kunden links 4 und ab links 4 Diese Scheißhubel! Boah, leck mich doch am Sack, Alter! Ja, Tim hat's gegessen. Man, ich hänge jetzt diesen Scheißhäcke fest! Rutscher müssen wieder rein, Rutscher! Hey, das ist doch nicht zum Kotzen gerade! Weil, der hat mal wieder reingerutscht, ist rückwärts! Haben wir das nächste Event verloren? Ach, ich vergesse, es ist mir doch gerade ziemlich egal. Haben wir verloren! Diese Scheiße mit der Mail! Ach, der will gar nicht! Alter, da hat er mir jetzt so viele Sekunden! So viele Sekunden, wir müssten gleich zum letzten Teil rocken! Ansonsten war's das! 29,3 Sekunden rückwärts! Was soll der Scheiß? Alter, man hat immer wieder reingerutscht! Ja, mein Controller ist leer, ich weiß! Okay, fertig! Die Zeit und die Platzierung wurden aufgezeichnet! Ja, da kommst du super durch und alles immer da und dann fährst du rückwärts und vorwärts und rückwärts und vorwärts! Ach, komm, rutsch mal rückwärts nochmal rein! Sechster am Ende nur! Naja, ich glaube, das Thema ist gegessen! Herzlichen Glückwunsch! Das Thema ist... Ja, ich meine, wir haben noch ein Event! Noch ein Event! Das Auto sieht etwas mitgenommen aus, aber mechanisch ist alles in Ordnung! Der raucht bis zum Geht-Nichtmehr, aber mechanisch ist alles in Ordnung! Und dann noch so ein Scheißteil in der Dunkelheit! Rechts halb, über Kuppe, links 6, rechts halb, über Kuppe, nicht schneiden! Rechts 2, Kuppe 80, links halb, über Kuppe 80, rechts halb, über Kuppe 80, rechts halb, über Kuppe 80, Achtung, Kuppe links 2, 60 durchsäcken! Rechts halb, über Kuppe 80, links halb, über Kuppe 80, links halb, über Kuppe 80, links halb, über Kuppe 80, Achtung, Bremsen, Welle, Kehle rechts! Kuppe 90, links halb, über Kuppe 80, Achtung, Bremsen, 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 Brem Ich fahr mir einen Mist zusammen, Alter. Weil solange wir mit dem Grundfall nach vorne sind, ist egal. Rechts 6, rechts 2, in links 3, Kuppe. In rechts 4, nicht schneiden, mittig halten, über Kuppe. Wundert durchsenken. Rechts halten, über Kuppe. Links 3, nicht schneiden, in Kuppe. Rechts 3, in links 2, links halten, über Kuppe. Vorsicht rechts 1, rechts 4, über Kuppe. Das mache ich gerade wirklich Quatsch, weil ich ja damit bedacht bin, das Ding hier irgendwie in der Heide nach Hause zu bringen. Das ist schon nicht so einfach. Ich fahr nur links in die Bahn und die Karre fliegt rechts mir fast in die Pampa. Der legt es echt drauf an, wenn sie sagen, komm, ich schmeiß mal auch noch in die Runde, ich schmeiß mal weg komplett. Also, grün, 21, 8, der Vorsprung. Ja, ist gut, Mann! 5 Sekunden plus, nochmal gemacht. Also, ich strafe es, die Sorge. Gesamtzeit muss ich nehmen. Sind wir mittlerweile fast 27 Sekunden Vorsprung. Links 6, rechts halten, über Kuppe, nicht schneiden, rechts 2, über Kuppe, 200, 800, Rämms, offene Kehre, links. In rechts 2, nach zu, nicht schneiden. In links 3, nicht schneiden, Vorsicht rechts 2. Das ist Heide nach Hause, Brieger, ne? Dann haben wir das zumindest auch gepackt. In rechts 4, rechts 4, nicht schneiden, in links 3. In rechts 4, macht auf, nicht schneiden. Ah, gehen wir nicht auf den Sack, plötzlich. Und links 2, verheckt sich, guck, rechts 3, innerhalb, nicht schneiden. Der blende mich gerade die ganze Zeit ein, dass ich meine, wenn ein Controller leer ist. Und zwar, dauerlich ist. 40,4, na, das sieht man jetzt so aus. Das war das Ding. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Wir haben es dann doch geholt. Wir sind auch wieder auf 1 gesprungen. Sehr gut. Damit sind die ersten 25, wir haben Punkte auf den Sacken. Jetzt wollen wir noch einmal sparen, und dann bin ich froh, dass ich, hoffentlich, das Ding hier los bin. Oh, ich hab das Ding nicht sauber gefahren. Ja, gut, hab ich auch nicht. Und das andere müssen wir grünen haben. Aber es ist mir egal, wir haben fast 3 Millionen credit sein. Das ist ziemlich egal. Und, der will 43 Weltklasse. Gut, der nächste Teil aus Wales, holen wir uns sagen, im nächsten Part ab. Morgen. Um 14 Uhr. Ja, tschüss. Ja, tschüss.